Meine Damen und Herren, ihr wisst, was das heißt. Ich brauch gar nichts zu sagen. Wenn ihr dieses Video liked habt, dann fickt deine Mutter. Das wollt ich grad sagen, fickt deine Mutter. Wir brauchen gar nichts zu reden. Hinweis, die Kamera gibt ein Signal ab, wenn lebende Kreaturen fickt deine Mutter. XC-Wheel took place natürlich. Also wer geht mit dem? Ist doch egal. Ist doch offensichtlich. Vor einer Woche passete etwas Schräg, schießt deine Witte mit der Witte. War das bei dir auch? Der Jameson? James Wheel. Okay, der... Wartet. Noch nicht, er trägt. So. Okay, ich bin auch mal geladen. Liptop. Wer nimmt welche Waffe? Na, ich hab irgendwie diese große Waffe genommen. So lange. Ich hab alles... Ey, mein Bild ist hier voll komisch. Hä, warum bin ich so klein? Weil du geduckt bist. Wie, wie, bin geduckt? Oh. Bin ich jetzt immer noch geduckt? Ja. Was machst du da lang? Hä, ich komm nicht hoch. Hä? Ich muss jetzt... Ja, ne, weil ich muss das festhalten. Wer hat Thomas genommen? Welcher Buster? Warte mal, warum bin ich jetzt dauerhaft geduckt? Ey, bin ich jetzt gekloppt oder was? Ich bin bereit, bereit. Wartet mal auf mich, ich kann nichts machen. So, Tablet. Ries. Hallo. Hey, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Ich bin dauerhaft geduckt. Ey. Warte mal. Kann mir irgendjemand bitte helfen? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Hä, was ist los, Heidi? Ich kann... ich kann nicht laufen. Hä, warte mal. Warte mal. Wie kann man sich ducken? Warte. Ja, bei mir ist das auf Schiff. Hä? Bei mir ist das gar nicht. Ich kann mich gar nicht ducken. Hä? Hallo. Jetzt Leute, helft mir mal wirklich. Jetzt helft mir. Sprinte mal, sprinte mal einfach. Ich kann nicht mal sprinten. So? Bei mir ist das Z. Z ist bei mir gar nichts. G, Einstellungen und dann... Das heißt Griechen. Besteuerung. Besteuerung? Ja. Griechen heißt das. Griechen. Das steht bei mir gar nicht. Toll. Griechen. Hier. Shift. Hängt vielleicht eine Shift-Taste? Kann das sein? Ne, aber jetzt ist sie nicht auf Shift. Stehe ich jetzt? Ja. Ich stehe? Ja. Ja. Ja, naja. Willst du liegen oder was? Kein Problem. Neun Millimeter Google. Okay, ist gut. Jetzt brauche ich aber eine Waffe, Leute. Kriegst du aber nicht. Hey, warum nicht? Mach die Tüte! Jetzt weg, 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 weg! Hey! Da ist Bigfoot drinne, da ist Bigfoot drinne. Hahaha! Ich habe auch keine Waffe für Bigfoot. Hä? Oha! 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 Boah, es leckt einfach nicht. Bis jetzt. Ich habe halt keine Waffe, Leute, ne? Wir müssen was suchen. Machen wir die Grafik mal auf Extreme. Ja komm. Also machen wir jetzt Zweiergruppen, ne? Ja. Ja. Doch. Allein. Spaß. Kein Problem. Oh. Äh. Äh. Toad. Herzlichen Glückwunsch. Episch. Doch. Wunderbar. Niedrig. Nein. Episch. Warte mal. Hey, wie hast du eine Taschenlampe angemacht? Mit wem geht ihr? Äh. F. Ja, du gehst mit Z, ich mit Melissa. Ich gehe alleine gerade. Oha! Oha! Theoretisch könnt ihr beide alleine, weil ihr habt beide die Waffen. Ziemlich fahr... Ich schaff das. Zettif lässt einfach Cenk alleine. Das ist schon hart. Ich schaff das. Ich... Ich habe Eier. Ich gehe alleine. Ich habe Eier. Ich eier. Man hat's die Küche. Ah. Naja, das stimmt. Apropos, die Spielmaschine muss aufgeben werden, ne? Ja. Wir haben hier eine Tasche. Empty. Da liegt eine Shotgun. Nehmen sie. Ah. Ist auf der Eins. Ja. Ja. Warte mal, kann ich dir die Fallen geben? Klar. Ja, Symbian. Und brauchst du Munition? Ne, ich habe noch keine Waffe. Ich habe nur Signalpistole. So, das soll denn? Ich habe ein Schild hier. Kann ich mir kurz erst auf? Was ist ein Schild hier? Was ist ein Schild? Ein Schild, ja. Würdest du? Oh Mann, der kann mit Thomas. Ah, hier. Mach Foto. Ja, wie mach ich Foto? Foto? Thomas. Wie mach ich Foto? Kannst du nicht, weil ich hab die Kamera. Ja. Ja, da müssen wir durch. Oh, hier ist Ding, Guter. Was ist denn da? Fuß. 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 Fußsporen. Ah Gott. Auf den Gehweg. Und geh weg. Ne Cenk. Wie bitte? Geh weg und geh weg. Nein, das ist ein Schwein. Wer? Aber ausgerechnet aus von dir. Vorbeigelaufen. Geh rennt. Mach ihm Fun, so sinnvoll zu spitten. Warte mal, hier ist ein Totem. Dein Rose ist nass. Komm. Ich seh da nichts. Oh Gott. Ich kann ihn auch nicht nehmen. Dein Rose ist nass. Ei. Oh Mann, ich komm hier nicht hoch. Hier ist aber eins, ich hörs. Hier ist ein echtes Totem. Warte mal. Was? Was war das oder? Ich glaube mittlerweile, dass es kein Bugmesser und einfach wirklich zum Spiegel hat, dass es Fake-Totems gibt. Meinst du? Ich glaub schon. Ey, wo bist du denn hin jetzt? Hier. Ach ja. Kurz. Durcheinander. Mhm. Mhm. Ah, Waffe. Oh. Willst du die? Hast du? Sehr gut. Oh. Oh. Das ist Z. Ich hab'n Zettel hier. Check's nicht. Peter, ich kann dich nirgendwo finden. Ich habe Ruby's Tagebuch gefunden, hab's gelesen, aber nicht mitgenommen. Wenn wir uns später sehen, zeig ich dir, was ich gelesen habe. Betriff mich beim Wasserfall. Biss'n wir da hin oder was? Ach so. Nein, das ist wie die Methin-Story, die interessiert kann. Die Map ist aber eigentlich ganz gut, weil hier gibt's glaube ich zwei große Dörfer. Oha, da hab ich dir Teppich oder was? Ah, ich hab'n Waffe. Egal. Hier steht, you take, äh, can take the item. Keine Ahnung. Von mir ist überall blind. Gut. 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 Vergesst du viel einzusammeln, Herr Manuel? Obwohl ich Farbenblind bin. Wie ist Tresor, aber keine Kurve? Ihr müsst genau schauen, weil sehr oft, wenn ich in ein Haus reingehe, sehe ich, dass ihr was vergessen habt. Ah, nachts, äh, Kamerabatterie. Jetzt hab ich irgendwann schon mal ne Pistole. Geht klar. Willst du mal ne Stroh spülen, Herr? Ne, ne, alles cool. Ja, ok. Wo hocken ist er? Alter, ist das Dorf riesig, ey. Oh. 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 Toilette? Toilette? Was war das Allem? Oh, Gott. Ich hab auch was in der Nameanlage angenommen. Ich hab mich schon gewundert, bist du wahnsinnig. Oh, ich bin jetzt erstmals, ja? Halt deine Fresse. Wie kann man so arrogant reden? Waren wir überall drin? Ich glaube ja. Ich hab jetzt drei Häuser durch, und wo? Ich glaub auch. Also, wir müssen halt nur schauen, wo die Tür zu ist, dann sehen wir's ja. Irgendwann noch zu ist. Ich habe einen Spur, äh, Fußfu, Spur. Fußfetisch? Ja, hat sie. Oh. Ich finde die Füße schön. Ne, Mann. Wie viele Medikids hast du? Gar keins. Okay. Danke. Bitte. Ja, dann geh mal hier oben weiter. Wir sind hier durch. Vergiss nicht, Kameras zu setzen, ne? Hier müsstest du ja irgendwelche dabei haben. Nee, irgendwie nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich war auch zu dumm. Ei, ei, ei! Drück den Buchstaben. Ja, okay. Wenn du in eine Fall... Ja, du musst schnell den Buchstaben drücken, wenn du von einer Falle genommen wirst. Alles gut, ich bin wieder da. Mir geht's gut, mir geht's prima. Ja, so viel damage macht das auch nicht. Hey! Was ist hier los? Ah, wenn er schackt, mir fällt der Baum auf meinen Kopf, ey. Da fast ging ich. Hey, aber was macht der mit mir? Hier ist ein Totem. Jetzt hab ich dich verloren. Geradeaus einfach. Ah! Der scheiß Wolf! Ey, verpiss dich! Nein! Ich hab, äh, Totem... ... hier gefunden. Wie geht das jetzt? Ach so. Hab ich. Aufgehoben. Ah, guck mal an. Ruby, die hat doch geschrieben, dass sie beim Wasserfall ist. Ja. Oh, die Arme. Oh, die Arme. Und jetzt hat's den Speer im Bauch. Noch ein Totem. Ne, ich sehe keinen. Bei mir schon. Komische Sache. Okay. In Dianerdorf. Ey, was ist hier? Bitte? Da hat grad irgendwas geschrien. Ich hab nichts gehört. Was? Die Anderdörfer haben eigentlich immer ne Shotgun. Aua. Ich hab ein Feuerwerk eingesammelt. Sehr gut. Willst du das haben? Ich hab schon eins. Man kann leider nur eins tragen, immer. Hey, hey, hey! Du misst dich, Alter! Ja, gib mit Pistole-Munition. Hallo! Pistole-Munition. 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 Hast du? Ich hab... Gauk, ne? Ne. Welche? Welche ist deine? Äh, R7-Monat. Ähm, G17. Gib mit G17. R7-Monat hab ich auch hier. Da hinten Feuer noch drin. Ähm, G17. Hab die schon gemacht, ne? Komm. Hast du gegeben? Ey, warum krieg ich Schaden? Weil du ins Feuer gelaufen bist, glaub ich. Hast du? Da hört doch gar kein Feuer an. Nein, ich hab keine Ahnung. G17. Äh, äh, hab ich nicht. Äh, 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 äh... Ich hab nur noch 60 Leben. Soll ich ein Medikit nehmen oder lieber noch nicht? Äh... Oh? Hä? Was war das? Na, Boss. Ah, da ist er. Wo? Hallo. Kamera 1. Kamera 1? Oh, der hat die Kamera zerstört. Super. Da liegt ein Medikit. Das kannst du direkt nutzen. Was hat hier geschrien? Was für... Ein Bär. Warte mal, wie benutze ich das mit E, oder? Du willst das aus. Rechtsklick, ne? Ja. Ach. Rechtsklick für dich selber, Linkklick für Gesundheit. Danke. Für Teammates, glaub ich, war das. Okay. Da liegt ein toter Körper. Ich weiß. Monika. Eh, der Arm ist weggerissen. Wie bei der anderen auch. Der Kollege hat einen Armfetisch. Vor allem... Vor allem zwei Weiber. Einfach froh. Solange ich nicht wüsste, der darf einen Fußfetisch hat, alles gut. Alles klar. Weiter geht's. Warst du überall drinnen? Ja. Ja. Ich habe... Warte mal. Oh. Vier erste Hilfe. Nice. Ich hab auch fünf. Ich hab zwei. Warte dann, komm mal. Und alle benutzen. Danke. Bitte. Komm mal. Gesundheit. Danke. Oh yeah, man. Du bist eh. Da ist ein Haus. Oha. War mein Gesicht zugehauen. Okay, wir haben Dynamit. Wir haben aber immer noch keine guten Waffen, oder? Nein. Habt ihr schon Code gehabt? Oder gefunden? Nein. Ich hab jetzt nur... Ich hab jetzt nur das Dynamit. Fähig Toten? Kommen sie. Okay. Sei leise. Habt ihr das auch gehört? Ja. Natürlich. Da schreit ich wieder rum. oder? Ja. 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 Ja, stein. hast du eine waffe zu einer waffe es ist ein müll es wird dunkel das ist doch den armen hirsch in ruhe ne arme dinge frisch da habe ich irgendwas gerade laufen gesehen ich weiß auch nicht was das war das war ein hirsch glaube ich nach dem geräusch das hat sich angehört wie ein hirsch warte mal wir haben es schon hier ok ich meine ich hätte gerade fliegen gehört so von wegen kadaver ich bin gespannt wenn er als erstes nervt ich hoffe nicht oben ach ging mal schön wir sind ja eigentlich alle relativ gut ausgerüstet der ist hinter uns komm ins offene komm hier übers wasser ich habe daneben geworfen perfekte hier komm nicht weg hier sind wir wo bist du hin das war das allem kommst du weg ja lass uns weg laufen oder ja ich probier's der ist weg nö der ist bei mir und tschüss oh mein gott ich lauf einfach kurz in eine andere richtung wir sehen uns dann schon irgendwo ja ich habe das seil benutzt deswegen hier ist eine alarmanlage ja ich weiß komm hoch schnell der ist hinter dir ah ne der ist bei mir ja ich habe den markiert guckt auf der map ja ja hey hey Leute ich glaube wir brauchen euch hier kann der dich mal in ruhe lassen ich habe mich eingesperrt zieht er mich hier drin aber er rennt in die falle aber kann mich trotzdem hauen der gar perfekt er hat die falle einfach an seinem bein alter er kommt rein komm raus ich schaff's nicht ich schaff's nicht ah man jetzt tötet er dich ne 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 du lebst noch ja okay ich habe keine muni mehr das schlecht scheiße man komm nerf nicht junge ich renne weg und was will der denn von dir ach ach der geht auf sete oder? ich bin weg jetzt ach ach ich bin weg was ach was mache ich denn mit dem Feuerwerk kann ich das legen was da abkommt Ja Falle Junge Ich hab keine Muni mehr ich kann nix machen Hä was ist das für ein Scheiß Er ist in der Falle aber kann einen trotzdem noch boxen was ist das denn Keine Muni mehr Digga Hier was komm Digga was haben die mit dem gemacht Alters Wann ist der so krass? Hä? Hat denn überhaupt einer markiert? Ne weil ich nix hab Äh willst du äh Pistole? Noah? Ich meine Munikation Hat Emilia vom Totem Gib Hier komm mal her Hallo Hallo Ich habe ähm R700 Äh 7,62 Ich brauch G17 Ich brauch G17 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 oh ne ah ne Shotgun, na endlich hier ein Stinkeklo ja mehr ist hier nicht, hier war nur die Shotgun na immerhin immerhin, ja ja was ist das hier? ist das eine Höhle hi hoin hallo, was ist das? hier ist irgendwas bei mir ich kann den Kanister nicht aufheben Jen kipp mal auf Noah Noah hör bitte auf hm 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 was hab ich denn jetzt gefunden? alter Jagdturm oh da ist eine Falle hm aha der ist dort hm hm Gott, ihr seid voll am Arsch der Welt ey in der Tat der ist oben links, der ist in der Nähe von ZF hm äh, wer denn? oben links hat die Kamera geblinkt bei dir ja bekommt man hier Vielfallschaden äh geht schon ok, dann gehen wir nicht ne, würde ich auch nicht warte mal, ich höre hier Mücken Mücken? ja, so Fliegen hm äh 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 hey, was ist denn der da vorne ist er? wer denn drauf? oder ist das ein Bär? wenn er ihn selbst knallt ihn hat Cenk, siehst du den? ich hab keine Munition, bringt mir nichts oh scheiße, jetzt kommt er zu mir der hupft da rum äh 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 ist er weg hier sind schon wieder Häuser, wo ein Haufen Zeug drin ist da wurde nicht vernünftig gelootet ach ich glaub da unten war keiner, oder? doch, die Töne sind offen achso ich muss aufs Klo, warte mal Bigfoot begleite dich hat jemand Medikits bisschen viel übrig? ich hab eins ok, ich hab auch nur noch eins ich werd den nicht mehr auf Damage 2 stellen, weil das ist einfach nur behindert Leben 3 reicht, aber Damage 2 nicht nochmal das ist dumm viel zu dumm hmm Gott, Quatsch ja Achtung Cenk, weil da oben ist der, gell? ja ja ZF ist ganz alleine hmmm oh oh da sind wir eigentlich der rennt hier irgendwo wo? ah ah er pisst sich doch lass uns mal bei ZF treffen tot, glaub ich nein, laber nicht ja doch komplett tot oh ja warte, jetzt gleich warte der ist oben links ach du Scheiße 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 ich hab nichts mehr gefunden ja ich hab nichts mehr gefunden das versteh ich jetzt nicht du liegst da und oben links hat die Kamera geblinkt ich versteh das auch nicht vor allem ich hab nicht mal mal die Zunge gefunden Gibt's zwei oder was? zwei Bigfoot ne, jetzt rennt er zu mir hä, wo ist der Sinn? geh Scheiße, kann mir mal jemand entgegen kommen der rennt bei mir ach ja ich bin bei dir und was machst du? geh mal weg jetzt ich glaub ich auch viel zu müde, alter der ist hinter mir abu ja er wird schon wieder nicht gestummt der ist schon wieder verpackt hä? das kann doch nicht sein jaa nee oder? das ging doch so schön geh weg das ist unglaublich Pfanne steht da rennt einfach drüber ja ich hab's hier hingestellt eigentlich äh da liegt eine tote Leiche ist der wieder weg? ja dann ist alles so gut puh gut abgewehrt tatsächlich ok, mir reicht's jetzt ja haben wir nicht genug totems eigentlich? doch, ich hab vier und wieviel hast du, Sedef? ähm, moment eins ja dann können wir Chank zurückholen ja müssen erstmal das Ding finden, wo das ist ja genau, ist das irgendwie in der Karte ausgedingst oder? nein wir schauen das auf das ist so ein Altar ja ok, dann lass uns mal den Altar suchen könnte ich mir vorstellen ok, das ist der Radio Tower das ist Quatsch O- hoje 1 2 1 1 Gesundheit Okay Gesundheit Nein Nee doch nicht, ich dachte es wäre nochmal Nee Ich kann mir vorstellen, dass das da oben ist Ja dann gucken wir mal Doch, da oben bestimmt Oder? Da ist noch ein Tod, dann kann ich das nehmen Bestimmt da oben, ja Aha Ne, ein Haus ist da Oh, aber ein Haus, ja Oh nein, und Bigfoot Nimm das mal bitte, ich kann das nicht aufsammeln Warum wusste ich? Da gibt's doch ein Seil Geil Wo ist denn der Eingang? Hier Hier liegt noch eine Sniper, ich kann sie nicht aufsammeln, nimm du die mal mit Oha, ich will die dann auch haben Alter Hä, wo liegt denn hier eine Sniper? Warte Hupf Mach, ihr habt doch eh ein Seil dort Ups Stimmt, wir könnten ihm eigentlich Schaden zufügen und dann abhauen Ja Eben Geht's auch Wir wissen wo die Tresore sind, aber wir haben die Codes nicht, perfekt Oh, ich hab jetzt Acht Äh, Pistolenschüsse von dem Signal Kein achtmal Stun Wir warten jetzt auch hier Gut denn, wartet ab Man erschreckt mich doch nicht Was hab ich gemacht? Irgendwer hat geschossen, ich hab mich erschrocken Sorry Gib mir mal bitte die Gasflasche Ui Danke Bitte Ja, wir warten jetzt hier, wir machen jetzt der Waiting Game Nicht runter gehen Echt ne Falle Mhm Dann nachher erstmal hinlegen, Alter Sollt Oh, da ist er Geh weg da Hey, ich bin runter gefallen Oh nein Scheiße Lebst du noch? Ja Okay Warte Oh man Der hat mich runter gezogen, kann das sein? Wahrscheinlich Hey, aber ich stirb Es kann sein, dass er dich runter gerammt hat, ja Auch gut Wo seid ihr? Ich bin über dir Ja Ja, wir müssen die Codes holen, was soll wir sonst machen? Und den Dings, den Altar Und den Altar Also ich hab jetzt keinen Medikit mehr Ich hab immer noch eins Ich benutze das auch erst, wenn er mich zu Boden haut Ja, war ich ja auch grad, ich musste das grad benutzen mit H Ja, deswegen ZF, wieviel Medikits hast du noch? Äh, muss ich gucken Äh Scheiße Ich hab nicht mal mehr Munition Ich hab dir einen Sch- Shotgun drauf, echt Diese Shotgun-Muni Äh, welche Nummer? Das ist mir bitte die Frage Ich hab keine mehr Gauge heißt das 800 oder sowas Heißt du mir gerade mehr? Warte Äh, Gauge Ich hab äh, 18 Stück gegeben Okay Bitte Warte mal Haben wir die Drohnen nicht dabei, oder was? Was brauchten ihr für Munition? Das weiß ich nicht Ich hab genug Schuss mit der Sniper Ich hab 60 Stück für die Sniper Und von 9mm hab ich 10 Stück Für die Sniper hab ich 150 Oha Aber warum kann ich meine Sniper nicht ausrüsten? Die, die ist auf dem Shotgun-Slot und die wechselst du Okay Ah Das versteh ich Äh Wer fliegt denn da mit der Drohne? Boah Boah, was ist denn das für ein Geräusch? Ach so, der hat die Drohne aufgenommen, oder was? Ja, aber wie geht das jetzt? Ich stell die mal wieder hin, gucke im Equipment-Rad und dann unterfalle Also links ist die Also links ist die Drohne Warte Ich geb dir mal Gib die mal Gib sie mir einfach, ja Ich will gucken, ob ich sie finde vielleicht, also ob ich den Altar finde damit Ohja, das ist ne gute Idee Ja Wieso steht da kontrolliert von Melissa? Ich mach nichts Hä? Wie? Wie? Wir haben keine Ahnung warum Wir haben keine Ahnung warum die nicht geht Das ist doch scheiße Verpacktes Spiel Die haben, die haben viel gemacht, umgeändert Das merkt man Ja, wir müssen Code suchen und den Altar Was anderes können wir nicht machen Was ist das? Ja Ohja Das können wir nicht machen, damit wir machen Es gibt Ah Nein Höh Uh Was ist denn schon wieder fliegen? Was ist denn eine Höhle? Ja, da waren wir aber schon. Aha, ich sehe Orbs. Das ist ein Mimic. Vielleicht finden wir noch Dots. Mimic. Uff, Baum umgefallen. Kann ich denn ernst sein? Wo ist der Müll? Ja, da ist es. Habs. Was? Habs gefunden. Was hast du gefunden? Dann hole ich jetzt Cenk. Achso, den Altar. Ja. Warte, ich will mal sehen wie das ausschaut. Da wo die Kamera platziert ist, da ist das. Kamera? Die Kamera über mir auf der Minimap, da ist der Altar. Ist Cenk jetzt wieder da? Ne, ich hole den jetzt gerade. Also wenn ich da bis, wenn ich denn nicht sterbe auf dem Weg, wäre halt scheiße. Alter, was ist denn jetzt hier los? Hä, ich komme da nicht hin. Ach das Ding. Was müssen wir hier jetzt machen? Müssen Cenk drauflegen und die vier Toten müssen damit er wieder belebt. Wo liegt Cenk? Entschuldigen gerade, ich hab den schon. Warum ist hier ein Toten Kopf? Da wo der Toten Kopf ist, da lag eine Leiche. Aha. Komm. Da. Ja, erstmal in eine Falle reingelaufen. Perfekt. Oh, ich hab schöne Schuhe. Richtige Bergsteiger Schuhe. Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich hab keine Waffe. Scheiße. Ich hab keine Waffe. Ich geb dir ne Sniper. Wo bist du? Hier. Ohne Scheiße. Wo seid ihr? Warte, warte, warte. Ich geb dir Munition. Hier ist der Def. Ähm. Jetzt. Oh, jetzt. Ich bin hinter dir. Okay. Sorry. Matsch. Jetzt geht's ja. Oha lang. Ich bin runtergegangen. Ah. Der ist bei mir scheiße. Ah, jetzt wird's eng. Zack. Runter weg. Weg, 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 weg. Zack. Ja, Mann, ich muss abholen. Er wird nicht gestunnt, er ist verbuggt. Ey, der ist verbuggt. Och. Ja. Ey, hör auf, bitte lass mich in Ruhe. Guck mal, er wird nicht gestunnt. Ja, Müll. Ey, ich kann's gar nicht aufhören, Mann. Das ist... Ich glaub, die machen viel zu viel am Spiel, Mann. Ja, was soll die machen? Er ist verbuggt. Was? Das kann... Ey, warum? Schade. Das ist echt schade, was nicht? Weil echt ein geiles Spiel ist, aber... Was willst du da machen? Ja, jetzt bin ich down komplett. Ja, tot. Das ist echt gut. Dumm, einfach dumm. Was machen die? Die machen viel zu viele Updates, oder was machen die denn, ey? Ja, hau ab! Ich glaube, das passiert mit der Schwierigkeit, dass der immer mehr rumspinnt. Ja. Ja, ich sag dir ehrlich, ich hab da keinen Bock drauf, weil der packt eh rum. Der wird jetzt wieder gleich tausend Leben haben, bringt nichts. Ja, dann, äh, machen die ja aus, ne? Wir müssen das später anders spielen. Ja, leichter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020